moin moin leute heute bin ich für euch auf dem weg zum das himmelfahrt treffen 2018 des ford club magdeburg in der motorsport arena oschersleben ja ich würde sagen das sagt schon alles voraus da ich letztes jahr nun auch vor ort war viel spaß dabei leckt halt kommentiert das video und vergesst nicht zu abonnieren wenn das video euch gefallen hat gibt dem video einen daumen nach oben und folgt mir auch in den sozialen netzwerken wie instagram facebook und so weiter so 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 you so so you you so 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 you so you so you 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017